Hallo, sehr geehrte Zuschauer meines Kanals. Hier bin ich auf 5 Milliarden Höhenmeter. Und hier hinten sieht man sogar Wien. Ich weiß nicht, ob man es am Video sieht. Warte, mach es drauf an. Hier ist jedenfalls Wien. Ja, man sieht es, man sieht es. Wunderschönes Wien. Ja, also wirklich hoch ist es nicht, aber man sieht Wien. Wie aussieht es okay? Es sieht jetzt vielleicht ein bisschen geiler aus als nicht. Also ja, ich hoffe, hat dieses Video gefallen.